Heinz, der Weihnachtsmann. Schon wieder? Ich hab ihn gesehen. Ja, jetzt hast du den Weihnachtsmann gesehen. Heinz. Im Februar der Weihnachtsmann, im April der Weihnachtsmann und jetzt schon wieder? Was macht er denn immer, dein Weihnachtsmann? Wo geht er denn immer hin? Zum Blutspenden beim Roten Kreuz. Oh, oh. Regelmäßig. Viermal im Jahr. Wir sagen Ihnen wo. 0800 190 190. Spende mal wieder Blut.